Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Turok. Ja, ich sollte das Ganze eigentlich nochmal laden und das Level nochmal spielen, ich weiß. Aber ich weiß nicht so recht. Es muss auch so gehen. Ich werde sowieso nicht fehlerfrei... Börs da jetzt richtig scheiße. Jetzt hätte ich das Loch vergessen, wo ich rein hätte müssen. Oder? Muss ich gar nicht mehr rein. Hier war es, glaube ich, ne? Das da. Aha, ja, genau. Äh, was soll ich sagen? Ähm, ja. Ja. Die Fusionskanone. Was soll ich sagen? Das ist fürchterlich mit mir, ich weiß es eben. So. Das hätte ich mir noch irgendwie merken können. Ja, fall nochmal rein. Wir haben eh die Zeit dafür, dass du da mal was saufen tust. Mei, jetzt ist da noch ein Dino. Oh, ey, das ist... Das ist ihm immer nett. Ich glaube, diese Portal-Dinger kann ich gedroht auslassen. Immer kurz oder lang gesehen. Bringst du es mir nicht viel. Jawohl, damit sind wir alle. Wow. Käfer, genau. Hallo. Bleib doch nicht bei einem dummen Käfer hängen. Da war noch einer irgendwo. Ein dritter? Ich glaube. Ja. Schon dieser. Ähm. Nehmen wir die mal. Ist das mal hier? Du dreckiges Viech, du. Schaut es euch wie ein Granatenwerfer aus. Drei haben wir nur. Ja, das Portal wäre schon wichtig gewesen. Mein Gott, jetzt kommt man nicht vorbei. Es ist schon bald lächerlich, ey. Da. Katastrophe. A, U, A, A. Ist er mir hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja. Vielleicht. Au. Das war ein Käfer, ne? Mistfink. Wow. Okay. Na. Feuer, Feuer, Feuer. Lava, Lava, Lava. Lava. Eins. Es fehlt mir eins. Rüstung. Rüstung. Hallo, Rüstung. Na, komm, hüpf. Ja, schau mal. Ah, ihr habt Oro. Das ist komisch. Ist das dann auch ein Fake? Eine Fake Lava? Tatsächlich, schau mal. Das gibt's ja nicht, oder? Halt, da geht's rein. Aber wenn das die Weiterwege sind, dann trifft mich aber bald der Schlag. Das sage ich euch auch. Tauchen, tauchen. Machen. Ein bisschen mit Tempo. Wah. Na, was machst du denn, Schnuck? Ruck, raus da. Okay. Und jetzt? Aha, schau mal, was da ist. Was bist denn du? Krono, 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 was? Was? Krono, irgendwas. Und was soll das sein? Ich hab keine Ahnung. Oh, das war ja dieses Dingsgelöt. Ja. Vielleicht gibt's dazu später noch Munition. Wow. Würde mich nicht wundern. Oder vielleicht gibt's dann jetzt bald schon was. Liebe. Darunter. Wow. Das ist ein Vierfach-Raketenwerfer. Juhu. Wir haben einen Raketenwerfer gefunden. Wow, ist das schön. Wow. Ist das toll. Wow. Das war richtig gerade, ne? Ich brauch mal eine Pistole. Oder? Geht das so mit diesen Mistviechern? Wie was? Ja. Jetzt halt bloß, er ist noch so ein Viech. Boden. Ui. Wohl. Na, schau, mit dem hab ich Schwierigkeiten. Ist das anders bemessen, das Ding? Also, enger wahrscheinlich. Also, kürzer, ne? Also, ich wisst schon. Ja. Schau. Jetzt ist er hin. Der Kribbel. Oh, oh. Ja, ja. Das war meine Schuld. Mein Fehler. Meine Schuld. Ich werde hier so versangen. Ach, bitte. Ich will nicht versangen. Ja, das ist eine Scheißstelle hier. Und das ist noch wilder ausgedrückt. Wie soll das gehen? Ah. Aha. Okay. Okay. Um Gottes Willen. Okay, warten. Das schaut irgendwie komisch aus. Bleibt das so? Na, das geht wieder. Das geht wieder nach oben. Ah, jetzt. Puh. Ist das richtig so? Ich warte mal ein bisschen. Vielleicht geht er noch weiter rauf. Was denn jetzt? Wer trifft mich denn jetzt schon? Jawohl. Um Gottes Willen. Alter, ich schwitze gerade. Alter. So, wie machen wir den da drüben platt? Raketenwerfer ist wieder ein bisschen schade, oder? Oh. Ich schwitze gerade. Mhm. Ich schwitze gerade noch. Puh. Ich weiß nicht, ob man treffen tut. Nein, so nicht. Jawohl! Ich glaube, dann haben wir es zweimal umgebracht. Warte, Alter, ich will nur weg von hier. Oh Gottchen. Oh Gott, das ist nicht so gut. Und das ist nicht so gut. Ich bin so gut. Ja, ich bin so gut. Meine Hände schwitzen. Bitte, ist denn jetzt... Was machst du denn, bitte? Ist jetzt bald mal was zum Speichern? Ich will nimmer. Also wollen schon, aber... Wie soll ich sagen? Ich will mal da Sicherheit haben. Och, Gottchen. Alter. Da ist noch was Leben. Okay, brauche ich nicht. Ein Schalter. Ach, ja sicher. Was mache ich denn da jetzt? Weiß man überhaupt. Oh! Oh, ich habe was getroffen. Wahnsinn. Okay. Alter Schwert. Alter Schwert. Ist sicher nichts, dass Plus ist im Weg. Kann ich von hier aus auch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Fucking Gott. Jawohl. Ein Schlüssel. Der erste Schlüssel. Glaube ich. Hoffe ich. Zumindest für uns der erste. Und speichern. Oh mein Gott, das will ein Speichern. Ja, bitte. Da. Ja. Zurück. Wie spät haben wir schon. Okay, es sind gerade mal 10 Minuten vergangen. Boah, ey. Ich brauche einen Kaffee. Ich muss mir nach dem Bad einen Kaffee oder was holen. Ja, leck mich doch am... Und so weiter. Raketen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir die wieder, ne? Aha, da wird eine Pistole aufpassen. Passt. Aha. Ja, Leben brauchen wir da mal nicht, ne? Wir haben ja eigentlich... Passt. Wir haben ja eigentlich... Ui. Glück mit... unserer... Rüstung... gehabt. Tut. Aber ich probiere es einfach mal. Ui. Doch, ich brauche was. Oh oh. Oh je, oh je. Oh je. Wow. Ja, ja, der ballert schon wieder. Ich bin mal fort. Tschüss. Ich wechsle vielleicht wieder mal die Waffe. So. Granatenwerfer. Aha. Da brauchen wir einen Granatenwerfer. Hör auf. Ja, hallo. Servus. Granatenwerfer. Ich muss sagen, es blitzt effektiv. Füße. Ja, ja. Musch, 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 musch. Ah, Rüstung. Ich liebe dich, du Rüstung. Ich liebe dich so sehr. Du bist meine Rüstung. Ach, ich bin... Äh, komm schon her. Irgendwie. La, la, la. Was mache ich da? Ich habe keine Ahnung. Nicht schießen. Okay, das hier ist auch nicht richtig, glaube ich. Zwei Rüst... Aha. Aha. Okay. Ich stecke fest. Was will ich denn mit dem da? Was? Das ist mit Zeit? Du Dreck. Oh Gott. Da komme ich nie Leben durch. Okay. Aha, das ist eine Evolution. Oh, der Schlüssel. Der zweite Schlüssel. Boah, ich muss nur leben. Ich glaube, hier runter will er. Ha, vielleicht. Jetzt hier lang. Was ist denn das für ein Roboter? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich laufe einfach weg. Ich laufe einfach fort. Ich laufe dahin. Ein Portal. Wie schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Noch mehr? Okay. Okay. Aha. Ich laufe einfach irgendwo hin. Ich habe keinen Plan. Raketis. Sind wir voll. Aha. Aha. Das ist Schalter. Okay. Ist das richtig? Okay. Okay. Aha. Ich glaube, ja. Okay. Ich hätte früher versorgen. Entschuldigung. Kontrollpunkt. Okay. Oh, um Gottes Willen. Okay. Alter. Okay. Noch mehr Raketen. Okay. Raketen. Das ist in dem Fall schlecht. Ich glaube, wir sind voll mit Raketen, aber wir können nur sechs tragen. Mit einem Rucksack, den ich versammelt habe. Aber wir könnten nur zwölf tragen. Ja, ich weiß. Nein, ich will die Portale nicht mehr machen. Ehrlich das. Naja. Wobei andererseits... Naja, es ist eh wahrscheinlich recht viel Granaten bekommen. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Soll vielleicht mal auftauchen. Aha. Oh Gott, wir sind durch. Oh mein Gott, wir sind durch. Oh mein Gott, wir sind durch. Wobei ich mal da oben durchspielen muss. Boah ey. Boah ey. Wie spät haben wir es denn schon? Ach du liebe Zeit. Ah, da haben wir noch genug Zeit. Wir könnten theoretisch das nächste Level anschauen, auch wenn ich recht ramponiert bin. Ähm. Ja, wir müssen eh mal hier. Okay, soviel dazu. Wir schauen uns denn sofort an. Die nehmen das wirklich wörtlich, ja? Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß nur, ich habe ein bisschen Angst. Okay. Da hinten war noch nochmal ein... Da hinten war noch eine rote, wollte ich sagen. Was bist du eigentlich für eine Puffen? Äh, was? Ist das, äh, dieser... Warte mal, vielleicht finde ich das an... Äh... Nicht wirklich, oder? Der Raketen-Denks, das ist auch nicht wirklich. Das da, oder? Der Granatenwerfer, wahrscheinlich. Ah, jo. Was? Der Ernst? Das ist... Das schaut... Ganz ehrlich, das schaut bei Leuten... Äh, das... Ich stelle mich schon einfach dumm an, ne? Aber wenn man zuschaut, glaube ich, so ein Profi... Wie ich da mir ein, zwei Sachen abgeguckt habe, dazu gebe ich ganz ehrlich zu... Ähm, die machen das so perfekt... Das, das ist unfassbar. Da kann ich mich richtig schämen für meine Leistung. Wirklich wahr? Ja, ja, das ist ein Raketen. Raketenwerfer, die... Wieso trifft er mich? Achso, ich muss mich so verrecken. Ich habe ihn nur zu leben. Aha. Schau, wie der trifft. Tja, ich will da durch. Tja, ich will da durch. Der braucht recht viel. Passt. Ich mache jetzt bewusst einen Affeig. Äh, damit ich wirklich irgendwie noch eine Chance habe, hier zu überleben. Wow. Minigun. Aha. Raketen. Ich habe ja noch nie diesen Raketenwerfer ausprobiert, ne? Es sind hier mehr ist genug. Ist da ein Ding überhaupt... Ähm... Raketenwerfer... Lädte ich da immer vorbei, oder was? Da ist er. Aha. Hallo. Wie sieht der so viel aus? Vier Raketen. Die müssen gleich verstecken gehen. Schau dir das einmal an. Ich war jetzt nur ganz leicht angespannt, nicht wundern. Also, das ist der Kopf. Ich dachte schon, was ist denn das? So, okay. Ich sehe schon. Da gibt's... Muss ich schon sagen. Da gibt's immer die harte Munition. Ist das hier eine Festung? Aha. Ja, ist eine Festung. Wie kommt man da rein? Eine Festung nur für mich. Aha. Wow. Okay. Okay. War das richtig? Ich habe keinen Plan. Zum Glück müssen wir keine Schlüssel mehr sammeln. Jetzt müssen wir scheinbar einen Endgegner oder so besiegen. Und jetzt? Was geht's hier aus? Ja. Ui. Aha. Was ist das? Ja, das nehmen wir gerne mit. Aber darüber komme ich jetzt nicht, oder? Der Spung darüber geht's hier aus. Nein, oder? Na, das kann's nicht ausgehen. Ihr rennt einfach wieder zurück. Ich hab auch keine Ahnung, ob's richtig ist, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Boah. Da! Ihr fall sicher voll die Runde do herst. Rutzet dirken. Äh. Gugel, gugel. Gescheiße. Da, nochmal. Okay, da geht's mal scheinbar nicht weiter. Mann, ist das jetzt wieder bitter. Fail, fail, fail. Ja, zurückhüpfen. Das Hüpfen ist echt... Fuh. Äh, einer meiner Schwächen. Ja, ja. Ich stehe im Teil vergessen. Ich muss mich ja verstecken, weil ich zu wenig Leben haben tue. Weil ich doof bin. So, nochmal. Dreckverflixte. So. Verflixte Dreck. Scheiße. Ah, dann wollte ich mit der Pistole eliminieren, ne? Fast. Raketenwerfer? Perfekt. Uiuiui. Was? Pfff. Wo kommt der jetzt her? Hä? Aki? Achso, ich treffe immer ihn. Das ist natürlich nicht so klares, wenn ich immer noch ihn treffe. Okay, der ist weg. Fünf Leben noch. Aua. Mini-Gun-Munition. Genau. Das hatten wir schon. Äh. Vielleicht, komm, lasst er sich hierher locken. Aber vielleicht. Ups. Ich glaube, das hat er jetzt gebraucht, oder zwölf. Alter. Rucksack. Wahrscheinlich. Echt? Wahrscheinlich vom anderen Gegner. Denke ich mal. Also, vorher und so. Rakete. Okay, ich habe... Habe ich schon mal gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was wir hier tun sollen? Okay. Okay. Wow. Wow. Okay. Aha. Da geht's auch rein. Okay. Raketen. Ja, okay. Ach so, dann haben wir schon... Na, dann habe ich doch keinen Rucksack mehr. Ah, doch. Wow. Hm? Okay, das können wir alles nicht nehmen. Okay. Dann wieder runter. Das ist schlecht. Keine gute Munition mehr. Aber hier müsste noch mal was sein. Jawohl. Das ist schon mal okay. Wow. Servus. Passt. Warte. Raketen. Jawohl. Da ist nix. Passt. Passt. Oh Gott. Na komm. Passt. Hier gleich auf diese Deppen, die ich so schießt soll. Mal schauen, ob es klappt. Jawohl. Ich muss ein bisschen von dem Zeug hier verballern. Okay. Okay. Passt. Tch. Man darf sich da nix denken dabei, ne? So. Sevas. Ui. Ehm. Ok. Ok. Aha. Vorher ist doch noch so einer. Es sind zwei. Wenig leben. Boah, das hinten knallt auch noch feste rein. Das ist super. Verdecke ich gleich wieder. Wow. Ist der auch noch gespawnt? Das gibt's ja nicht, oder? Aha, jetzt bin ich wieder da. Oh, 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 oh. Sag ich da nur. Das kann dauern, meine Lieben. Du liebe Zeit. Wie spät haben wir's denn? Ok, der Part ist zu Ende. Na, fein, ihr Lieben. Ihr habt das überstanden. Kapitel 7 haben wir abgeschlossen. Das 8 hat's auch ganz schön in sich. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Ich denke schon. Ich hoffe sehr. Jo, ihr Lieben. Ja. Danke fürs Durchhalten, fürs Ertragen meiner Fails. Ähm. Ja, ich... Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch trotzdem. Auch wenn ich bei weitem kein Profi bin. Ähm. Ja, ich, äh... Ich dachte, in Shooter spielen wäre ich nicht so schlecht. Aber, ja, das hier ist doch wieder mal ein bisschen was anderes. Ist das eine schöne Ausrede, ich hoffe. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich, dass ihr, ja, dass ihr, ähm, ja, zuschaut und zuhört. Und, äh, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil das Video das Desaster hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!